Für den 25. Februar haben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin zu einer Demo aufgerufen, Aufstand für den Frieden. Und jetzt wurde gestern im Spiegel Frau Wagenknecht wie folgt zitiert, und zwar in Bezug auf Tino Chrupalla, den Vorsitzenden der AfD, der dieses Manifest mit unterschrieben hat, dass das eine Diffamierungskampagne sei und dass man sich eben genau rausgesucht habe, mit wem man zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Das steht Ihnen natürlich grundsätzlich mal frei. Die erste Unterzeichnung auf so einem Manifest auszuwählen. Das sieht man auch ganz klar, dass die ausgewählt sind. Aber wenn man hier klar macht, man ist zwar für Frieden, aber bitte nicht, wenn die AfD auch für Frieden ist, oder AfD-Wähler oder AfD-Sympathisanten oder einzelne Politiker, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und davon abgesehen, dass ja nicht jeder von der AfD immer das macht, was für den Frieden in der Ukraine jetzt wirklich förderlich ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber in dem Moment, wo Sie sagen, die wollen wir nicht auf unsere Demo, dann spielen Sie genau der Kriegsfraktion in die Karten. Ich habe mir gerade die letzte Insa-Umfrage angeschaut und da kommt die AfD auf 16%. Man kann jetzt von dieser Partei halten, was man möchte. Und das gilt auch für die Linke und für jede andere Partei, die im Bundestag momentan vertreten ist. Aber wenn Sie sagen, mit denen möchte ich nicht, dann sorgen Sie letztlich dafür, dass ein Teil der Bevölkerung demonstrieren darf und ein anderer eben nicht. Natürlich kann jeder an dieser Demo teilnehmen. Aber die Botschaft nach außen, die wollen wir nicht. Die ist katastrophal und das sollten Sie wissen. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch taktisch. Da sind Sie schlau genug dafür. Und deswegen sehe ich das extrem kritisch. Und eine ganz klare Anmerkung, die Kriegstreiberfraktion, die hält zusammen. Und zwar von olivgrün bis rechtsradikal in Italien. Und wenn Sie jetzt sagen, wir möchten sinngemäß keine AfD-Politiker, Wähler, Sympathisanten auf einer Demo haben, dann werden die Kriegstreiber gewinnen. Und das muss Ihnen klar sein.